Wir haben mit diesem Kanal hier seit kurzem die 50 Abonnenten erreicht und sind jetzt fast schon bei 60. Aus diesem Grund würde ich sagen, 50 Fakten über mich, 50 Fakten über diesen Kanal hier. Let's go! Erster Fakt, wir verwenden seit kurzer Zeit kein Kanal-Intro bzw. kein Begrüßungssatz mehr. Einfach aus dem Grund, dass die Menschen nicht ihre Zeit verschwenden sollen und dass die Menschen ja auch abschalten könnten in der Zeit, wo wir nur unseren Namen vorstellen. Meine Oma heißt mit Vornamen Margret und ich heiße mit meinem Namen Hugo. Daraus ergibt sich unser Kanal-Name M und H Creators eben für unsere beiden Anfangsbuchstaben und danach ist uns nichts besseres eingefallen, also einfach mal Creators. Und by the way, unser Intro, was wir noch bis vor kurzem verwendet haben, war einfach eines der vorgefertigten bei iMovie. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen konntet, habe ich lange Haare und das war auch irgendwie immer schon so. Außerdem bin ich Vegetarier und das seitdem ich drei Jahre alt bin und ich bin sogar der Einzige in unserer Familie, der irgendwie Vegetarier ist oder sowas. Ähm, ja, weiß auch nicht, wieso ich mich mit drei Jahren dazu entschieden habe, aber seitdem bin ich auf jeden Fall Vegetarier. Ich bin auch generell sehr schwierig, was Essen angeht. Zum Beispiel esse ich ungerne Soßen oder irgendwas, was ich nicht kenne. Ähm, eigentlich esse ich am liebsten nur Nudeln und Pizza und, ja, Sachen, die ich kenne hauptsächlich. Ähm, ja, ich weiß, das macht wenig Sinn, aber, ähm, ja, ich esse nichts, was ich nicht kenne, mehr oder weniger. Außerdem esse ich extrem gerne Süßigkeiten, auch so Sachen wie Chips oder generell Sachen, die ungesund sind und einfach gut schmecken. Ich bin und bleibe zwölf Jahre alt, einfach aus dem Grund, dass ich aufgehört habe, meine Geburtstage zu feiern. Und das ist ein extrem krasser Lifehack und zwar könnt ihr einfach aufhören zu altern, indem ihr nicht mehr weiter Geburtstage feiert. Deswegen bleibt ihr so alt, wie ihr seid. Und deswegen bin ich und bleibe ich einfach zwölf Jahre alt. Ich glaube nicht an die Existenz von Igeln und ich glaube an die Existenz von Giraffen. Schaut unbedingt einmal in diese Playlist rein, falls ihr das jetzt nicht verstanden habt. Das meistgeklickte Video auf diesem Kanal hier ist ein Short-Video, in dem ich so ein Interview mit dem Bruder von Julien Bam zusammengeschnitten habe, in dem er eben liegt, dass es nach dem letzten Song aus der Bohne noch weitere Videos von Julien Bam geben wird. Und dieses Video hat, schätze ich mal, beim Upload 3600 Aufrufe, was schon relativ viel ist. Schaut gerne mal rein, wie es aktuell aussieht. Das meistgeschaute Video, was kein Short auf diesem Kanal ist, ist das Video, wo ich über mein Mikrofon rede, über das Shure SM7B. Okay, und falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit schon so etwas zu schnell spreche, ich versuche mich etwas zu bremsen, aber ich merke gerade, dass 50 Fakten wirklich ziemlich viel sind. Fakt 23, ich kann ziemlich schlecht zählen. Außerdem bin ich nicht besonders sportlich, also ich mag Sport nicht so im generellen Sinne, also ich laufe schon rum und so weiter, also ich bewege mich nicht überhaupt nicht, aber ich bin kein großer Fan davon, sich unnötigen Strapazen auszusetzen und einfach nur Sport zu machen, aus dem Grund Sport zu machen, finde ich irgendwie unnötig und ja, kann ich mir sparen. Kommen wir auch mal zu einem kontroversen Thema und zwar finde ich, dass Nutella und Butter einfach nicht zusammen aufs Brot gehören. Schreibt gerne einen Kommentar, ob ihr das genauso seht. Ich arbeite gerne in der Werkstatt, also repariere Sachen und ja, sowas halt. Außerdem habe ich bzw. meine Familie einen Hund namens Duke, hier seht ihr ein Bild von ihm eingeblendet. Wollte ich eigentlich gar nicht ins Video packen, aber ich weiß, dass Tiere in YouTube-Videos immer Klicks bringen. Außerdem haben wir zu Hause noch ein Aquarium mit ein paar Fischen drin, hier seht ihr ein Bild. Und ganz wichtig ist ein Süßwasser-Aquarium, also macht euch da keine Sorgen und eine Katze, die uns irgendwie zugelaufen ist. Außerdem, by the way, ganz kurz zu meiner Technik. Ich verwende als Schnittprogramm Final Cut Pro oder wenn es mal schnell gehen muss, wie für die ganzen OBS-Tutorials oder so, wenn ich faul bin, nutze ich auch einfach manchmal iMovie als Schnittprogramm. Für das Livestreaming verwende ich OBS-Studio, welches ich viel besser finde als Streamlabs OBS und als Mikrofon, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt. Hier mein Mikrofon, das Shure SM7B. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, aufgrund der Programme benutze ich ein sogenanntes Wackbook. Und damit kommen wir auch zum nächsten Fakt, ich mache sehr gerne sehr schlechte Wortspiele. Ich bin wirklich nicht gut im Vorproduzieren von YouTube-Videos. Wenn ich ein Video abdrehe, möchte ich es auch am liebsten am gleichen Tag bzw. noch lieber in der gleichen Stunde direkt danach schneiden, weil dann kann ich mich noch irgendwie daran erinnern, wo ich einen Fehler gemacht habe. Und ich hasse es, wenn ich etwas schneide und merke, das habe ich nicht so gut gesagt, schneide es aber dann so zu Recht, dass es quasi passt. Und dann merke ich, ich habe ja noch meinen zweiten Versuch gedreht und hätte das gar nicht so alles so schneiden müssen. Ja, mag ich einfach nicht, deswegen mache ich es am liebsten so, dass ich das Ganze direkt nach dem Aufnehmen schneide. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ist das Hauptthema auf diesem Kanal hier OBS-Studio. Das liegt einfach daran, dass ich finde, zu aktuellen Themen mit OBS-Studio, gerade jetzt auch mit Version 28 und so weiter, gibt es noch nicht so viele deutschsprachige Videos bzw. vor allem nicht, welche, die auch für Mac funktionieren. Und aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, in dieser Nische zu arbeiten, was uns dann auch gleich zu den Video-Ideen bringt. Und die kriege ich eigentlich ziemlich einfach. Ich schaue immer, welche Probleme ich selber habe, löse die dann und zeige dann in einem Video, wie ich diese Probleme lösen kann. Und die Ideen zu den Fun-Videos auf diesem Kanal hier, kriege ich meistens bei Motolos im Stream bzw. durch Motolos seine Videos. Schaut unbedingt mal bei Motolos vorbei auf seinem Kanal und schaut gerne noch, wenn ihr Lust habt, auf Twitch bei Motolos vorbei. Ist wirklich ein sehr cooler Streamer, habe auch einige Sachen zu ihm bzw. zu seinen Videos gemacht. Ja, schaut da einfach gerne mal rein. Und übrigens, das mit Motolos war auch ein Fakt, also das ist ein cooler YouTuber, das war als Fakt in diesem Video drin. Und das war jetzt wiederum auch als Fakt in diesem Video drin, dass das ein Fakt war. Aber dass das ein Fakt war, war jetzt nicht als Fakt in diesem Video drin über die 50 Fakten über mich. Also der Fakt, dass das ein Fakt war, ist nicht als eigener Fakt. Dieses Video hier, Schnitt, ist nicht als Fakt in diesem 50 Fakten Video über die Fakten. Machen wir weiter. Ich habe aktuell kein richtiges Setup. Ich streame gerade aus der Abstellkammer, mehr oder weniger, von der Werkbank aus mit einem Monitor hier, mit dem Mikrofonarm festgemacht an der Werkstattplatte. Und aus diesem Grund habe ich auch diesen wunderschönen Hintergrund hier. Habt ihr schon mal so einen coolen YouTube Hintergrund gesehen? Ich glaube nicht, das ist ein Chaos, das könnt ihr nicht wiederherstellen. Ja, das ist keine Unordnung, das habe ich extra so hergerichtet. Hat tausende Euro davon gekostet, dass diese Unordnung so natürlich aussieht. Aber ich habe es für euch getan, das soll hier möglichst authentisch und unordentlich aussehen. Auch wenn das natürlich keine Unordnung ist, das ist alles inszeniert. Habe ich alles ganz genau positionieren lassen. Ist ein ziemlich krasser YouTube Hintergrund auf jeden Fall. Außerdem wollte ich euch noch sagen, dass ich auch auf Twitch streame. Erster Link in der Videobeschreibung. Außerdem haben wir auch einen Instagram-Kanal. Zweiter Link in der Videobeschreibung. Und wir haben auch einen sehr, sehr coolen Discord-Server, auf dem noch viel zu wenig Leute sind. Also gerne mal auf den dritten Link in der Videobeschreibung klicken und werdet da unbedingt Mitglied. Wäre wirklich cool, wenn ihr das macht. Außerdem ein wichtiger Fakt. Alle Leute, die auf alle Links in der Videobeschreibung klicken und einmal reinfolgen, sind deutlich erfolgreicher und cooler generell im Leben. Ich bin recht vergesslich. Hatte ich euch schon erzählt, dass ich Hugo heiße? So, jetzt merke ich gerade, dass ich nur 41 statt 50 Fakten aufgezählt habe. Deswegen hier jetzt nochmal ein paar Fakten, die ich vergessen habe. Ich bin farbenblind. Also ich sehe nicht keine Farben. Also es ist nicht alles schwarz-weiß für mich. Sondern ich kann die Farben nicht klar auseinanderhalten bzw. zuordnen. Das stört mich eigentlich gar nicht wirklich. Also ich kann trotzdem alles erkennen. Aber ist auf jeden Fall auch ein Fakt über mich. Ich habe sieben Namen. Also ich heiße Luke, Hugo, Anton, Leo, ne, Luke, Hugo, Emil, ne, Luke, Hugo, Anton, Emil, Eduard, Luke, Hugo, Anton, Emil, Luke, Hugo, Ne, Luke, Hugo, Leo, Anton, Emil, Eduard und danach noch ein Nachname. Also ich habe tatsächlich sieben Namen bzw. sechs Vornamen. Ich habe zusammen mit meiner Familie schon mal eine Meeresschildkröte von einer Sandbank gerettet. Und ich zeige mal hier kurz ein paar Videoaufnahmen. Die war auf der Sandbank aufgelaufen. Und wir haben sie dann mit Wasser übergossen und ihr ein bisschen Schatten gespendet. Bis dann eben wieder die Flut kam. Und dann haben wir es ja auch geholfen, ein wenig rauszuschieben. So mehr oder weniger. Aber weil sie so groß war, hatte sie natürlich auch ein gewisses Gewicht. Das heißt, man konnte die nicht einfach so hochheben. Aber am Ende hat sie es auf jeden Fall geschafft. Und ist über die Sandbank hinweg dann eben gegen Ende weggeschwommen. Und weil mir jetzt nichts Besseres einfällt, noch ein paar Sachen zum YouTube-Kanal. Und zwar hat unser YouTube-Kanal fast die 6000 Aufrufe jetzt insgesamt erreicht. Was schon ziemlich wild ist. Unseren Kanal haben wir erstellt am 23.01.2021. Und unser erstes Video kam auch kurz danach. Und zwar am 28.01. des gleichen Jahres. Und in dem haben wir erst mal unseren Kanal vorgestellt. Und mal erzählt, was so in Zukunft auf diesen Kanal kommen wird. Aber natürlich haben wir es nicht geschafft, den Zeitplan so einzuhalten, wie wir das in diesem Video geplant hatten. Aber das Video lasse ich trotzdem online, auch wenn es mittlerweile ziemlich Grinch ist. So, und dann würde ich sagen, zu guter Letzt kommen wir noch zum letzten Fakt. Und das ist, dass ihr ganz alleine dafür verantwortlich seid, dass wir diesen Meilenstein der 50 bzw. bald schon 60 Abonnenten auf diesem Kanal erreicht haben. Ich möchte mich einmal bei jeder Person bedanken, die diese Videos hier schaut, eines unserer Videos schon mal kommentiert oder geliked hat. Und vor allem natürlich die Person, die den Kanal abonniert haben. Aus diesem Grund möchte ich jetzt einmal ganz kurz alle Namen der Abonnenten einblenden, die unseren Kanal abonniert haben und ihre Abonnenten auf öffentlich gestellt haben. Denn nur bei denen kann ich natürlich sehen, ob sie uns abonniert haben. Also würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Es geht ein großes Dankeschön an all die Personen raus, die uns supportet haben mit einem Abo. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.